Mahlzeit. Wie heisst du denn? Timo. Timo, was hast du heute vor bei uns? Erzähl doch mal. Viel Spaß haben. Ja? Okay. Das heißt, was machst du? Rausspringen. Tandemsprung. Aus dem Flieger raus macht er. Mit mir und Chucky, die Mörderpuppe. Bist du dir sicher, du wirst es tun? Ja. Was ist ein Geschenk? Ja. Von wem denn? Wo ist sie denn? Steht schon vorne. Okay. Ich versuche, dich jetzt gleich zu interviewen. Wer ist das neben dir? Meine Mutter. Hey, Mutter. Was ist denn, dass du auf dem Weg nach oben, wie wir sagen? Ja, es hat viel Spaß. Sagen Sie es genießen. Okay. Gut. Ich gebe mir mal Mühe. Na dann. Bye, bye. Yeah. Go inside. Vorsicht auf deinen Kopf. Zdareion. Ja. Ja, jetzt geht es gleich los, gleich in die Kamera rein. Die Kamera rein. Die Kamera rein. Ja, wie war das? Richtig geil. Gut, oder? Ja, das war der Hammer. Ohne Wissen. Sehr schön. Jetzt mal die Bulle auf die Stirn. Ja, und dann geben wir mal die Hand, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke, danke. Das ist rausgegangen, das ist ganz schön. Das ist komisch am Anfang. Ja, ja. Na dann, schauen wir nach unten in die Kamera. Ja. Nach oben. Ja. Ja, da haben wir nach unten in die Kamera rein. Ja. 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 Ja, voll. Ja, das ist super. Ja, voll. Genau, was kann man machen. Ja. 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 Ja, ha! Ja. Danke, danke. Good gemacht. Ja. Ja. Einmal schön mal sehen. Bye. Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal.